so sind wir bei einer neuen folge ich muss die letzte abbrechen dieses gleiche problem herrschte mit dem monitor auf einmal schwarz werden wahrscheinlich ist es einfach hier viel zu waren drin ist der rechner nicht mit hinterher kommt aber sollte ja ich weiß ich muss nur zu ziehen na komm Komm jetzt. So. Okay. 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 Ow. Whoa. Ouch. Ouch. So, war's das? Nee. Was ist mit Eskel? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich geh' ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Was hat Eskel vor? Was hat Eskel? Haha. Ah. Du hältst den Botfried auf deinem Hinten. Oh. Komm schon. Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Dann mach doch. Ja. Tchuh. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug. Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Merizium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Geh rein. Halt sie auf. Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Oh. Doviel. Ja. 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 So. Au. Ich gehe jetzt mit dem anderen hin. Ah. Na komm. Ah. Danke. Ey, warum greifen wir lang? Oh. Schon unterwegs. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Oh. Oh. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?